Okay, Boss. Köder bereit. Es geht los, Team. Bish, weg damit. Köder springt in drei, zwei, eins. Yes. Bergungsschiffe. Unser Zeichen. Los! Wir sehen den Köder. Es funktioniert. Das Geschick spät hoch. Bergungsschiffe, weg von der Explosion. Joa, gut, Freunde. Und damit auch wieder ein herzliches Willkommen beim Let's Play Titanfall. Joa, wir sind mal wieder hier richtig hart am Action machen. Ja, theoretisch zumindest, ne? Ja, theoretisch. Ich hab meine Probleme immer noch nicht finden können. Das liegt bei mir immer noch aus unabhängigen Gründen. Gestern null Probleme und heute... Gut, geil. Wie komm ich da jetzt hoch? Anscheinend gar nicht. So, irgendwer hat da schon mal einen Titan. Wie soll man so schnell einen Titan haben, Alter? Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht, Alter. Gibt es wahrscheinlich irgendein Skill für oder so, meinte Felix auch irgendwie. Wir sind drin. Wir haben das geschützt. Cool. Kann man wissen, wo ihr... Alter, hier auch überall nur Titans rumrennen, Alter. Hier ist kein ordentlicher Pilot mehr. Wisch, wir müssen die Sprungantriebe ausschalten. Wir haben... Geschafft! Feuerwehr jetzt! Ach Mann, ich töte die Typen immer nicht, Alter. Ich sehe die immer, aber entweder macht die MP einfach überhaupt keinen Schaden. Ich sehe gerade überhaupt keinen, Alter. Also komplett knicken, ich sehe ja nichts, und die MP macht null Damage. Hier ist nur ein scheiß Frontsoldat, den ich kann mal weggeholt haben. Eieieieiei. Weiter so. Wir brauchen viel mehr Feuerkraft, um die Sentinel auszuschalten. Das war jetzt mal nicht so von der gloriosen Sorte. Von der gloriosen, glorios, keine Ahnung. Aber irgendwie so, ja. Wo ist denn dieser scheiß Typ schon wieder, Alter? Ich sehe den doch hier, Alter. War doch auch gerade noch Pilot, ey. Ach, du bist ja sogar hier vorne. Ja, ja, ich bin gleich gerade neben dir. Was ich denn eben gerade auch noch gesehen habe. Ach, du bist, glaube ich, bei da oben, ne? Weiß nicht, ja, kann gut sein. Ohne Spaß, diese Smartpistole, ne? Ich gehe so, ich gehe gleich so kacken. Ohne Spaß, diese Smartpistole ist einfach nur kacke. Ich ist so dermaßen nurweg. Hab ich ihn. Der wollte sich tarnen, der blöde Wichser. Aber nicht mit mir, blöder Wichser, Mann. Guck ihn dir an, Alter, wie er da rumgammelt mit seinem scheiß Titan, Alter, weil er sich toll fühlt. Ich habe das Gefühl, dass die MP hart nutzlos ist. Ich finde die geil, Alter. Smartpistole, er hängt oben auf dem Hut. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen mit der Elektromine. Scheiße, Mann, Alter. Ja, er hat dich auch noch im Visier gehabt. Das ist so geil, weißt du, du bist unsichtbar. Er sieht dich eigentlich gar nicht. Aber Hauptsache... Ja, Leute, da geht es schon wieder nicht lang, Alter. Ich ziehe gerade schon. Ah, okay. Und ich habe gerade gemerkt, dass man so komischen Karten einsetzen kann, um ja seine Waffen irgendwie abzugrater. Ah, das vergesse ich nur immer. Burn-Kart, ja. Ja, so einen Mechwerfer hätte ich jetzt haben können, aber der hält ja nur für einen tot. Wären wir schon tot? Waren wir nicht zu... Oh, yo, Mann. Oh, yo, Alter. Da kommt er schon wieder an mit der Smartpistole. Da guck ich ihn dir an, Mann. Blöder Wichser, Alter. Guck mal hier wieder Farnung rein, Alter. Ich sehe es auch nicht durch, von wo die Typen kommen, Alter. Ganz ehrlich. Hab ich ihn weggeholt, Alter, den blöden Wichser. Guck dir das an. Den MVP habe ich ausgeschildt. Den VP immer nicht. Ja, Titanfall endlich mal, Alter. Wird Zeit, ey. Lass mich ruhig. Jetzt steht da oben natürlich ein so ein hässlicher Spieler, wenn ich die Dings abschieße, ey. KI offline. Pilotenmodus aktiviert. Ja, lol. So, wo muss ich jetzt lang hier, Alter? Hier alle sämtlichen Frontsoldaten wegholen. Die gammeln natürlich wieder alle irgendwo drin rum, ne? Titan erfasst mich. Hä? Von hinten! Das ist doch nicht so. Natürlich! Wie trifft er mich, Alter? Ja, einfach mal rin in den Gang gespricht, wo er ja spasst. Mann, aus dem Weg! Alter, ich schieße die ganze Zeit nur auf den... Ist er dumm? Bereit machen für Titanfall. Ja. Ja. Ja, Hauptsache, ich kriege von hinten... ...den richtig harten Schaden, Alter. Sie dürfen nicht gewinnen. Ich hab grad schon wieder so auch nicht durchsehen, wo die ganzen blöden Wichser sind, Alter, weißt du? Ja, ich bin gerade hier. Kann man hier irgendwo rum, Alter? Weil er auch direkt vor uns... Weil er auch direkt vor mir runterkommt, Alter. Guck mal, Lukas, dreh dich mal um, dreh dich mal um, Mann. Was denn? Der hier. Ach, lol. Ja, Hauptsache... Los, schnell noch hin da! Ja, vielleicht hab ich ihn noch erwischt. Nee, nicht ganz mehr. Titan Assis hab ich bekommen, gut. Ja, auch, weißt du, weil er auch direkt vor mir spawned und ich nicht zurückgehen könnte, weil hier so ein hässlicher kleiner Stein im Weg steht. Schleif mal bei dir auf, Alter. Guck mal, Lukas, siehst du den Stein hier? Da bin ich als Titan hängen geblieben, als ich mich zurückziehen wollte. Ohne Spaß, Alter. Der Titan müsste so nicht pulverisieren, wenn er dagegen läuft. Weil er nicht stirbt, der Wichser! Ab ihn. Äh, da hängt noch einer. Na gut, ist tot. Oh, die sind hart schlecht geschossen. Äh, wie ich die nie treffe mit diesem 40mm-Geschutz, weißt du, und die treffen mich instant, wenn ich kann durch die Gegend hüpfen, unsichtbar, wie ich will. Ein Schuss und ich bin tot. Kann doch nicht wahr werden, Alter. Die One schritten mich mit dem Teil und ich brauche da weiß ich nicht, wie viel für. Na los, komm. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Zack. Jawollow. Nein, Elektro-Rauch. Shit, man, hau ab, Alter. Ich stehe ihn nicht mehr, natürlich, ich sehe den Titan nicht mehr. Ja, ich bin auch drauf gekommen, Alter, geil, Mann. Ey, schon wieder dieser muchtige Reck. Nee, komm, dieser Elektro-Rauch, ne, das ist so hartmuchtig einfach nur. Ja, fick dich, scheiß Cluster-Granaten, Alter, die sind da einfach nur dumm. Nein, komm, scheiß Titan, Alter, dann machen wir gleich mal Unsichtbar, den hole ich mir. Ich weiß nicht, dass ich versuche es. Voll wohl, selben. Ähm. Da hinten gammelt er. Bin ich da eben noch ein Titan? Hey, jetzt bin ich bei dem anderen drauf, Alter, scheiße. Weiß nicht, der Gegner... Ah, shit, Mann, ah, Titan ist bereit. Wo ist der Titan hin? Timer bei 75%, warum feuert das Geschütz nicht? Schnapp, heißt die Knallwurst. Ich stehe rein da jetzt. Die Animation, wenn der Titan dich immer reinsetzt, ist es richtig. Er steht auf dem Hüllen mit der Smart Pistole, ich hab ihm gerade meinen Titan geholt, Alter. Diese Smart Pistole... Herr Hauptsache, ich krieg ihn nicht, Alter. Herr Hauptsache, ich krieg erstmal richtig harten Schaden, Alter. Wo ist denn jetzt mein Titan da vorne, Alter? Gut, lassen wir den Pilot mal Piloten sein, Alter. Von wo krieg ich denn immer Schaden, Mann? Hä? Na gut, das war jetzt nur ein Auto-Titan, Alter. Alter, weißt du, weil jeder Titan instant in mir drinne spawnt, einfach. Ey, das waren jetzt zwei Titan... Hey, ich krieg schon wieder Schaden von hinten. Was soll denn die Kacke, Mann? Aber ich hab den Titan getötet durch meinen Nuklearausstieg. Ja, der ist richtig geil, Mann. Ja, aber der war trotzdem gerade hart, nur zuerst meinen Titan, ey. Gut, darum komme ich wieder nicht hin mit den scheiß Granaten. Weißt du, der genaue Beschuss ist natürlich richtig kacke mit den genauen Granaten. Aua, wer schießt denn schon wieder auf mich? Alter, ich da auch... Als ob ich da nicht hochkommen würde. Mann, geil, Alter. Schon wieder ein Spiel ausgestellt. Boah, ich seh... Ja, Alter, ich seh die Spieler immer erst, wenn sie hinter mir stehen, Alter. Aua, wer hat mir denn da gerade einen reingewirkt? Pilot, er fasst mich, Alter, am Arsch, Mann, wo ist der? Irgendwo hierhin, ich hab ihn gerade noch gesehen, aber das ist ja gerade in der Sitzwerk unsichtbar gemacht. Ja, Hauptsache, der blöde Wichser schießt immer noch auf mich, Alter. Ich weiß nicht, ich hab da gerade einen ausgeschaltet. Ja, und Hauptsache, der Typ stirbt nicht. Hier ist er gar kein... Oh, das ist geil, ich bin ja hinter dir. Ich hab gerade einen Typen abweggeholt. Da stand da einfach mal so brain-up, keiner in der Gegend rum. Fisch gemacht. Pilot, er fasst mich schon wieder, Alter. Ganz ehrlich. Hau mir ab mit diesem Scheiß. Ja, Lugas, guck mal hoch, dann guck mal hoch, dann guck dir mal das auseinanderbrechende Schiff an. Das ist geil. Da ist ja, glaube ich, einer gerade... Da ist einer auf dir drauf, aber ich kann ihn nicht treffen, weil du die ganze Zeit bewegst. Ja, ist egal, der geht gleich mit drauf. Ha, 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 ha. Geil, Mann, Alter. Was hast du denn gemacht? Na, Nuklearausstieg. Er steht bereit, Mac. Hübscher Feuerball, Mac. Ist wohl deine Spezialität. Hat da einer gewesen. Jawoll, Alter, hab ich ihn rauf weggeholt, den blöden Wichser. Damit zum Schluss, Barker. Zeit für deine Aufgabe. Zeig Wisch den Kurs zu diesem Knochenfeld. Soll das ein Witz sein? Ich hab gesagt, da geh ich nie wieder hin. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Welt macht aus uns allen Lügner. Ja, zum ganzen Tag schon steig ich einfach nochmal an den Titan ein. Ja, gut, ich hab auch noch einmal aufs Schiff raufgeschossen, Alter. 6 zu 5, oh ja. Immerhin, ne? 3 zu 7 einfach mal, weil ich nisch dir schissen kriege, ey. Ich weiß nicht, aber es leckt auch heute, ist es. Ich hab keine Ahnung, warum. Es hat gestern ging, ist so wunderbar. Ah, Level 20, geil, Mann. Ah, okay. Okay, ich weiß nicht, warum du schneller warst. Du warst, ab Level 8 kriegst du mal so einen Stimp für Gesundheit und Regeneration und Geschwindigkeit. Ja, meinetwegen. Jetzt hab ich noch einen vierten Slot für Titans gekriegt, Alter. Ganz ehrlich, was soll ich denn immer mal damit machen, Alter. Ich such mir eh doch immer das Beste raus, Alter. Du brauchst doch keine vier Slots für. Oh. Jetzt will ich dem wieder einen Namen geben, Alter. Ne, da hab ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Wenn sich wundert, was das für komische Namen sind, das sind Attacken von Animes. Ah, ja, super. Größtenteils One Piece und Naruto. Nur mal so. Damit da hier so ein bisschen Style reinkommt. Ja, aber ganz ehrlich, die MP, die ist richtig geil, Mann. Ich weiß nicht, ich mach da... Ich hol damit gerade richtig gut Sachen weg, auch ohne die Dings hier, Smart Pistol. Von mir instant kein Schaden. Aber ich hab schon wieder nichts machen können, Alter. Weil die Zeit einfach viel zu kurz ist. Ja, da irgendwas umstellen geht, überhaupt nicht. Ja. Macht für mich instant zu wenig Schaden. Also einfach gar kein Schaden. Weil wenn ich auf irgendeinen Typen schieße und da um den 10, 20 Kugeln in den Arsch schieße, der nicht stirbt, dann find ich das so ein bisschen doof. Vorausgesetzt, im Vergleich dazu, die komische Smart Pistol, die vom Kaliber her genauso groß sein müsste, aber mit drei Schüssen tötet. Aber egal. Bergungsschiffe, bereit für den letzten Sprung in 5, 4, 3, 2, 1, los! Und ab geht er, der Peter. Boah, ich lade immer noch. Ich weiß, das ist ja... Dieses Zeichen von der Miliz so geil. Milizia. Boah, ich lade immer noch. Dieser geile Schädel da. Vielleicht falle ich jetzt gleich raus, ich hab keine Ahnung. Irgendwas stimmt doch heute ganz dich nicht. Ja, nicht vor Wochenende. Ich will mein bisschen nicht, dass ich spiele. Ja, jetzt können wir endlich... Jetzt können wir endlich mal hier Punkteroberung machen. Das ist richtig geil, Mann. Ja, natürlich, weil ich jetzt auch rausfliege, Alter. Das ist nicht so geil. So, kann ich dir jetzt nachjohnen, nee, ne? Äh, doch, theoretisch. Ja, gut, das war grad richtig schlecht geschossen. Ja, ich kann da gerade irgendwie... Warte mal, ich kann dich ja vielleicht nochmal einladen, oder Gott? Äh, Freunde, lock in me. Spiel einladen. So, ich hab die Platten mal eingeladen. Irgendwie nicht. Irgendwie schon. Irgendwie kam bei mir keine Einladung an. Ist da aber. Zuschauer können das bestätigen. Ja. Ich hab keine Einladung bekommen, sagen wir es mal so. Na, warte, der macht das gleich nochmal. Ja, du müsstest doch einfach bei mir aufs Spielballtreten gehen. Dann müsstest du das doch aufgehen. Nein, aua, scheiße, Mann. Nee, das geht ja nicht, wenn ich aufs Spielballtreten klick, oder sowas, dann schittert nicht mal, dass ich das irgendein Freund spielt, oder sowas. Ja, du musst ja bitte... Du musst ja auf meinen Namen gehen, Bengel. Bei Freunde. Jo, da ist bei mir alles weiß. Fuck. Alter, irgendwas... Irgendwas... Ohne Spaß. Irgendwas steht bei mir komplett nicht. So, jetzt hier zum Spiel einladen. Hab ich jetzt eigentlich gemacht, aber egal. Ja, ich muss mein PC nochmal neu starten. Jo, dann mach das mal. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nee, 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 nee. Jetzt warte ich noch, aber nach der Folge ist jetzt ja nur noch dieses eine Ding jetzt hier. Ähm. Theoretisch zumindest. Das Fahrer ist voll. Ja, weg gleich. Jo. Ey, freut mich. Geil, heute ist... Heute ist einfach nur unseren heute-Volganischen. Ha, wir wollen mich alle einfach nur... Ab Tüffeltuten. Ab, wat für'n Ding? Nein, scheiße, Mann. Fuck, Mann, der kommt schon wieder. Aber er braucht auch halbes Jahr zum Origin-Fenster öffnen, oder um TS zu öffnen, aber es braucht alles gerade einfach Ewigkeiten bei mir. Rücker oberen. Wenn mich da gerade so ein feindlicher Spieler weggeballert hat, mit der Scheiß-Smart-Version und ich hier gerade nicht hochkomme. Also ich habe keine Ahnung, woran es liegt irgendwas. Ist hier halt sowas von faul. Wollte gerade sagen, Alter, guckt euch das nur wieder an, aber es ist ja alles glattgegangen. Ja, barfreund, bravo, bitte. Barfreund Alpha wird angegriffen. Urk hast du aufgenommen. Jo. Aber hier ist gerade noch ein feindlicher Spieler, Alter, ist nicht so geil. Warum machst du weg? Der fehlt gerade mal so ein paar Hohl-Ladungen rein. Max, wir haben ein Problem. Die IMC überlädt den Reaktor. Na gut, da scheint keiner zu sein. Nicht mal mein Tafen-Hedge, öffnen sich. Nein, da kommt er rein. Guckt euch den nur wieder an, Alter. Ah, es sind immer diese Spassenspieler, die nicht warten können, dass sie abgeschossen werden, ne? Ist auch so, Alter, weißt du? Hat sie sich einfach töten lassen, ne? Warum leisten sie Widerstand? Ich wurde gestern auch von so einer... Ich wurde gestern auch von Gott getötet, ne? Der gibt sich schon wieder den Scheiß... Nein, Mann, nein! Ich bin schon wieder getötet worden von dem Scheiß-Elektro-Rauf. Guckt euch das nur wieder an. Ey, das ist so dumm. Du kannst nicht mal mehr auf diesen Scheiß-Titan raufspringen, ohne da... Das ist mein Titan sonst wo. Ja, das kenne ich. Okay, du näherst mich im Hardpoint. Check die Karte, er ist in dem Gebäude. Ich wurde jetzt mal zu meinem Scheiß-Titan rein, Alter. Auto-Titan hat Fußsoldat ausgeschaltet, das freut mich ja. Ja, wie mein Auto-Titan gestern auch einfach mal zwei Titan gekillt hat. Frag mich nicht, wie. Das ist geil, ich frag mich gerade, wo meiner ist. Dann drück auf, hau, dann kommt er doch zu dir. Hab ich ja gemacht, aber ich wundere mich gerade immer noch, wo er ist. Ich glaube, da hinten steht er rum. Der bangt jetzt bestimmt in der Wand rum. Ne, da hinten kommt er doch. Ja, schon richtig hart angedamaged, Alter. Ja, besser als nichts, aber der Scan ist langsam. Ja, pfff. Mit einem Lebensbalk noch läuft. Alles klar, Pilot. Oh, Fachleute, das war einer von uns. Ja, das wollen sichern. Jawoller, Alter, also weg, Mann. Scheiße, da oben steht einer. Ja, Mann, geil, schon wieder einen mit dem Dingsausstieg weggemacht. Im Dingsausstieg. Alter, das ist so awesome, ne? Ja, ich fand's vorhin so geil. Ich fuhr zweimal nacheinander, während ich meinen Titan hatte. Von oben kam Titan genau auf mich runter. Er ist Leben erstmal komplett weg, weißt du? Dann spawnt er auch einfach mal. Und er ist sofort hinter mir, ohne dass ich was gesehen habe. Ich glaube, ich muss einfach alles nochmal komplett neu machen. Weiß nicht, wenn du da noch weiter aufnimmst, bin ich dann erstmal weg. Aber ich könnte es noch warten, oder ob es auch immer. Das war der Typ. So, wir wollen mal gucken, ob wir A übernehmen können. Gucken. Ah, shit, 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 shit. Gut, das war scheiße geworfen. Oh, da bin ich fast selber in die Luft gejagt. Warum denn nur fast? Wird man nicht sterben? Da hab ich ihn, Alter, geil, Mann. Geht doch, Alter. Also, bei mir läuft gerade alles richtig gut, Alter. Doch, bei mir überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, das kann doch am PC gerade liegen. Aber der wollte gerade auch nicht so, wie ich wollte eigentlich. So, und da ist auch mein Titan. Wollen ab geht er da, ja. Wommidabel. So, dann gucken wir mal. Gehen wir mal hier oben lang, lol, da ist gleich mal ein feindlicher Spieler. Wenn ich gekürtet kriege. Hinter mir, lol. Für mich war das Geilste. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spieler war oder so eine Schaltes-KI. Meistens ist es die KI. Gut, das war der Titan. Aber doch noch nicht. Ja, da kommt gleich nochmal der Nächster an, Alter. Nein, 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 der... Ja, es war so klar, ne? Das war auch gerade irgendwie... Der Ausstieg, aber irgendwie auch nicht. Der hat hier gerade irgendwie noch... Irgendwas hat er gerade gemacht. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Irgendwie war das ein Nuklear-Ausstieg, aber... Aua, Elektro-Rauch. Merk, wenn ich nicht mehr Daten pflege, wird es schwer, eine Schwäche bis aufzufinden. Aber der Reaktor-Druck steigt immer noch an und die ständigen Störungen bremten mich aus. So, das war's für den Titan. Und da ist auch der Pilot. Den ich jetzt verloren hab. Ne, da ist er noch. Wo ist der? Scheiße, da komm ich nicht hoch. Gut, lassen wir das. Scheiß Becken, brauch nicht draufgehen, Alter. Gut, hier geht's anscheinend nicht lang. Gut, dann muss ich am Scheiß geschützt und noch vorbei. Fuck, Mann. Oder ich geh einfach hier rein. Oder auch nicht. So. Ja, Zahn zulegen halt. Alter, mal die Fresse, Mann. So, ein Zahn zulegen. Aua, 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 Aua. Ja, natürlich, Mann. Boah, Alter, hab ich mich gerade erschraubt. Alter, so alles ruhig und dann auf einmal brüllt da irgend so ein Typ ins Mikrofon. Scheiße, scheiße, wo ist schon wieder ein Typ, Alter? Immer da, wo du nicht bist. Ah, scheiße, falsch, hast du gedrückt, Alter. Ach, machst du ihn nicht so? Weiß ich auch nicht. Ich hab grad zu. Ja, wir wurden schon wieder besiegt, Alter. Jo, da kommen schon wieder zwei an meine Fresse, Alter. Kommt hier, gönnt euch, Alter, gönnt euch richtig hart, hier. Da, gönnt ihr euch. Wenn kommst du, kannst du auf... Glück habt denn, ja, ich hab sie beide weggeholt. Zwei Titans, Lukas, gegen mich. Ich renne einfach auf sie zu, darauf aus, mit dem Lugner Ausstieg da was zu holen. Beide weggeholt. Das ist ja super. Ja, ist geil, ne? Aber du bist mein Held. Mein persönlicher, privater Held. Glaub, ich hab noch nie so verdammt gefühlt, irgendwas gesagt zu haben wie eben gerade. Das ist jetzt ein schlechter Teil. Spaten. Scheiße, ich muss jetzt mal vielleicht zum Abholpunkt, der jetzt schon abgelaufen ist. Ein, zehn Sekunden. Schneller. Das bringt doch eigentlich irgendwie ja nichts, ne? Da irgendwie. Äh, nicht wirklich, nö. Aber dann doch ein paar Punkte bringt das, glaub ich. Ah, hab meine Lötfahrgelegenheit verpasst. Scheiß drauf. Ja gut, hier an der Klippe hängt, beenden wir jetzt diese Runde hier. Jo, Mann, sechs zu sechs, Alter, geil. 8 zu sechs? Sechs zu sechs, leider nur, aber es wird auch gerade nur Piloten und Verluste angezeigt. Piloten-Kills und Verluste. Ich weiß nicht, wie viele Titans, das waren bestimmt drei oder vier Titans, die ich ja weggeholt hab. Auf jeden Fall zwei am Ende jetzt noch. Das ist doch... ...freulich. Richtig geil, jo, Mann. Und wir sagen, das waren jetzt auch wieder zwei Kämpfe in einer Folge. Zwei Runden, genau. Deswegen ist die Folge auch hier mal wieder mit beendet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut, liebe Freunde. Tschüss. 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 Rudy Pーい Vielen Dank.